Du bist auch weg. Du bist auch weg. Das war's. Ich nehme den Stein. Hier liegst du, mein Sternchen. Entschuldige den harten Stein, aber es geht nicht anders. Ich weiß. Und es kann sein, dass es ein wenig kitzelt wird. Aber nicht lange. Ich verspreche es dir. Okay. Was willst du jetzt machen? Nicht zu wenig und nicht zu viel. Maria, kannst du, kannst du mich hören? Papa? Was? Maria, du, mein Sternchen. Ich... Papa, und wo ist Mama? Zuhause. Du warst sehr krank, weißt du das? Sehr, sehr krank. Aber jetzt... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich verstehe... Das... Ist... Das ist... Kalia. Jo. Das erklärt... Einiges. Ich verstehe. Was? Wie haben die denn jetzt gerettet? Wie schon? Es ändert nichts. Ja, wer? Das gescheiterte Experiment eines gebrochenen Mannes. Ich weiß nicht, ob ich diese Erkenntnis wirklich gebraucht hätte. Natürlich hilft es mir, dieses etwas besser zu verstehen. Es ist ein schwarzer Stein und es ist ein Teil von mir, weil mein Vater mich mit ihm verbunden hat. Aber am Ende bleiben doch nur noch mehr Fragen. Wie zum Beispiel, ob das bedeutet, dass diese Verschmelzung nie wieder rückgängig gemacht werden kann. Und warum diese verschleierte Frau Dalgala getötet hat. Sie muss es gewesen sein, die mich in das Dorf gebracht hat. Obwohl sie von diesem etwas wusste. Weshalb? Es scheint dieselbe zu sein, der du auch begegnet bist und die diese Banditen in Alto Thulgrad zur Flucht in die Ruine gedrängt hat. Aber warum? Welche Absichten verfolgt sie? Was mich viel mehr beschäftigt, ist das, was in der Bibliothek passiert ist. Äh. Sei dankbar. Wärst du da gewesen, hätte es... ich dich genauso massakiert wie die anderen. Und das wäre... Ja, endlich, äh... Ich weiß ja, Saira, rational weiß ich es. Aber es ändert einfach nichts daran, dass ich mich... abstoßend fühle. Ich werde noch härter trainieren. Öfter meditieren. So lange, bis sich kein einziger Gedanke mehr meiner Kontrolle entzieht. Nur so werde ich es jemals beherrschen können. Jetzt geh und bring den Stein nach Ark, Saira. Ich brauche Zeit für mich. Okay. Lebensenergie oder Mana? Mana, komm. So ist das eben. Ja? So ist das eben. Ja? Ja. Die Mutter. Ja. Ja, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich versuche mir vorzustellen, wie es wäre, sie nach all der Zeit zu treffen. Ich wüsste nicht, was ich ihr sagen sollte. Wenn sie denn selbst noch lebt, hält sie mich mit Sicherheit für tot. Ich muss darüber nachdenken. Aber ich werde dir mitteilen, wenn ich zu einem Schluss gekommen bin. Tyras ist mein Vater. Und er wird es immer sein. Ich... Al-Ghala, er... Er hatte gute Absichten. Aber dennoch. Er ist für das verantwortlich, was mit mir geschehen ist. Er hat dieses etwas geschaffen. Ja, vermutlich tue ich das. Ich... Ich weiß es nicht, Zaira. Offengestanden weiß ich gerade überhaupt nicht, was ich denken soll. Gib mir Zeit. Gut, gut. Zeit für dich. Wo sind wir hier? Sind wir hier in der Schneefalltaverne? Ja, wir sind hier in der Schneefalltaverne. Noch eine erschöpfte Seele. Was darf sein? Äh... Aber immer doch. Und zwar würde ich gerne verkaufen. Und zwar jede Menge. Aber vorher... Aber immer doch. Nein. Auf... Bitte. Ich muss doch noch hier anderes Zeug anziehen. Ähm... Kann ich das favorisieren? Das favorisieren. Zack. 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 So, damit ich das nicht verkaufe. Das ziehe ich an. Ähm... 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 Warte mal. Stiefel des Tribunals. Und... Elementarzauber. Das sind 14, das sind 19. Okay. Ähm... Wo sind meine... Da... Spuren? Schreitet wohl. Aber immer doch. So. Jetzt möchte ich gerne verkaufen. Und zwar... Entropiro. Feinlederhandschuhe. Das Kind ist gefallen. Das Zeug. Das Zeug. Der Helm. Der Ruinhelm. So, das habe ich jetzt alles verkauft. Ähm... Der Eisendolch kommt noch weg. Die ganzen... Feinstahlsachen kommen weg. Die Ruinpfeile kommen weg. Der kommt weg. Die kommen auch weg. So. Na? Ähm... Ausdauer... Gift... Andwerkskunst... Schockschaden... Forstschaden... Ähm... Morgenluft... Morgenluftfunk... Ähm... So. Was habe ich hier noch? Rolle Odins Schlüssel. Nichts Besonderes. Mhm. Käserad. Brauche ich nicht. Das habe ich... Was hast du für mich? Das muss ich jetzt erstmal nachgucken, was ich noch brauche. Auf. Ich brauche... Leichte Rüstung brauche ich ein bisschen. Ich habe neun Handwerkspunkte, also kann ich... Handwerkskunst, Rhetorik und Schlösser knacken. Willkommen, willkommen. Was darf sein? Die Frage ist in was? Was? Tourik... Handwerkskunst, Rhetorik... Handwerkskunst, Rhetorik und Schlösser knacken. Kann ich auch die klein nehmen? Also beides 50 und Handwerkskunst die über 50... Äh... Auf bald. Erstmal... Natürlich... Äh... Gesellenbuch... Meisterbuch der Verzauberung, Meisterbuch der Alchemie... Hä... komm... Lesen wir trotzdem... Mist... Meisterbuch der Verzauberung, Meisterbuch der Alchemie... Also die Gesellenbücher kann ich noch verkaufen. So. Wo sind meine Bücher? Da. Ach Mist. Ich hab die ja schon komplett runtergekauft. So gut. Bis 75. Gesellenbuch. Rhetorik. Wo bist du denn da? Rhetorik. Ah. Drei hätte ich gerne. Ja. So dann. Schlösser knacken. Hätte ich auch gerne drei. Handbuch. Ähm. Mano. So. Und äh. Expertbuch der Handwerkskunst. Hätte ich auch gerne drei. So. Jetzt hätte ich gerne mein Meisterbuch der Alchemie verkauft. Und. Was hab ich denn noch? Elementarismus. Hm. Warte. Ich guck erstmal. Auf bald. Ich mach erstmal meine. Auf bald. Ich mach erstmal meine. Hier hat nicht genügend Handwerkspunkte. so. So. Zack, zack. Rhetorik auf 41. Ja. Handwerkskunst hochgepusht. Schlösser knacken hochgepusht. So. Ich hab 30 Sachen. Ja. Ich habe 30. Entropie. Und Elementarismus. Kann ich jede Menge. Und leichte Rüstung. Kann ich jede Menge. Leichte Rüstung. Entropie. Und Elementarismus. Okay. Willkommen. Willkommen. Was. Aber immer doch. Ja. Hm. Entropie und Elementarismus. Bis 75. Sieben Stück. Leichte Rüstung. Leichte Rüstung. Auf bald. Komm. Gib mir. Ah. Leichte Rüstung erhöht. Gut. Wir haben nicht genügend Handwerkspunkte. So. Was habe ich denn jetzt so. Hier. An Werte. Leichte Rüstung ist 71. Okay. Und 74. Das ist schon einiges. So. Gut. Dann kann ich einmal kurz. Ähm. Ja. Speichern. Wäre auch nicht so schlecht. Ja. 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 Vielen Dank.